Niemals. Okay. Das sollte sich aber ausgehen. Nicht genügend Bewegungsrate. Okay, schade. Dann bleiben wir erstmal hier in Deckung. Natürlich nur zwei. Die temporären Trefferpunkte nehme ich gern mit. Aber zwei wird wohl hoffentlich auch er treffen. Danke. Geh mal hoch. Fehlschlag. Natürlich. Aber nichtsdestotrotz müssten wir noch hier rüber springen können. Und uns noch hier bewegen. Schenkelschuss. Bewegungsrate um 50%. Verringert. Entwaffnend. Nein. Entwaffnend. Nein. Fallend. Wäre auch fliegend. Und ein Crit noch dazu. Sehr schön. Und Sechs. Sehr schön. Und Fünf. Okay. Und Brenne. Natürlich. Und hoffentlich noch vier. Nein. Absolut nicht. Er will zu Traumer. Na toll. Okay. Er schafft's einstweilen mal nicht. Sie ist außer Reichweite, oder? Ja. Oder? Ich kann's nicht sagen. Nee. Hat gesessen. Dann nehmen wir in dem Fall mal Sprinten. Damit wir hier raufkommen. Passt. Und? Ähm. Dieser Charakter ist nicht am Zugklicken, um den Charakter zu springen, der am Zug ist. Ja. Okay. Ach. Okay. Nee, ich krieg'si nicht. Aber ich kann mich ja mal selbst inspirieren. Ah, okay. Dann wollen wir mal sehen, was sie jetzt macht. Sie muss sich jetzt mal nähen, oder? Natürlich nicht. Mal hier hoch. Können wir noch hier rüber jumpern? Nein. Dann gehen wir mal hier hin. Da wird sie zu weit entfernt sein, oder? Ja. Verstecken. Leider nein. Krieg ich den Schenkelschuss hin? Aber der wird nicht treffen. Ja, das war klar. Habe ich nicht genug Reichweite? Okay. Ähm. Nee. Würde ich jetzt erstmal lassen. Nee, da müsste ich aber runter. Das will ich im Moment gar nicht. Sie soll ruhig ein bisschen näher kommen. Au. Ja, genau das wollte ich. Glaub ich. Bin mir noch nicht sicher. Ach nee, nicht die Kriegstrommel. Nein, da... Okay. Ähm. Jetzt können wir aber... ...den Jolly Jumper hier machen. Und dann... ...müssten wir sie kriegen. Natürlich ein Fehlschlag. Warum denn auch was anderes? Natürlich nicht. Ähm. Versuchen wir sie mal ein bisschen anzukurken. Ähm. Fellender Angriff. Ach so, fellender Angriff. Nee. Ähm. Das ist ja Nahkampf. Ein Waffenunterangriff. Fernkampf. Wird nichts sitzen, oder? Nee. Das war sogar... Nein, 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 nein. Was? Gut, dass sie nicht übertreibt. Und gut, dass sie nicht 15 Züge hat. Oder 15 Aktionen. Da hinten erwische ich sie jetzt natürlich wieder nicht. Ach, wie ich es liebe. Ich hasse diese Bitch. Ja. Dann... ...wollen wir mal. Weg ist unterbrochen, sage ich ja. Ähm, 21. Ja. Wow, 2. Du willst mich doch verscheißern, oder? Ja. 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 4. Juhu. Natürlich habe ich wieder gar keine Chance. Das lief wieder mal so traumhaft. Ach, herrlich. Nein. Ich will einfach nur Schaden machen. Okay. Danke. Die kommen ja da rüber. Kommen die Viecher die auch da rüber? Na, Gott sei Dank. Ähm. Gail ist dran. Ähm. Ich würde... Jetzt erstmal ihm was aufs Fell brennen. Danke. Und dann mal ein Säftchen lutschen. Zu viele Trefferpunkte. Das war mir klar. Ziel nicht in Sicht. Okay. Dann. Sieben. Natürlich. Es konnte ja nicht anders sein. Wir werden uns gleich sehen, ob die auch raufkommen. Okay. Ähm. Solange ich mich nicht aus seiner... bewege. Tschüssi. Tschüssi. Und... Kann ich... Ich kann werfen, aber treffe ich bis hier rüber. Ja, das tue ich. Und er kommt wieder hoch. alter Verwalter. Die müssen außen rum. Gott sei Dank. Ähm. Gut, 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 gut. Kiffschaden. Mit Glee. Natürlich. Was denn auch sonst? Das ist schön, dass der brennt. Das ist auch schön. Das tut weh. Ähm. Er hat noch... Zwei. Zwei. Danke. Und ein Säftlein. Ach, jetzt kommt sie rauf. Okay. Ja, natürlich. Alter Verwalter. Ja, das dachte ich mir. Und das wirst du nicht auf kurze Distanz machen können, oder? Ziel ist zu weit entfernt. Genau. Ähm. Gut. Dann. Kritischer Fehlschlag. Ach, leck mich doch am Arsch. Sorry. Aber. Ist auch zu weit weg. Ja, ich muss direkt daneben stehen. Toll. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Jetzt heilt sie sich. Gut. Dann. Natürlichen Fehlschlag. Was denn auch sonst? Ich hoffe nur, dass ich meine Leichen nicht irgendwie beschädige. Die sind anscheinend so im Nachteil, dass sie mich nicht erreichen, oder so. Oh, er erreicht. Die kommen Gott sei Dank echt nicht zu mir durch. Oh, sie haben so weit, dass sie es nicht kapieren, wie sie sollen. Ähm. Ich kann nur jetzt auch nicht rüber. Ähm. Das heißt, wir werden uns erstmal mit Inken hier beschäftigen. Passt, passt. Ähm. Ein normales Pfeilchen. So. Ich schieße halt wieder daneben. Du willst mich doch verscheißern, oder? Du willst mich echt verscheißern. Ja, toll. Genau das habe ich nämlich befürchtet. Dupli-dupli-dupli-du. Keine Kontrolle. Tod. Äh, ja. Danke. Ähm. Toll. Toll. Ah, der steht dort unverwundbar. Cool. Na, Gott sei Dank. Na, toll. Dupli-dupli-dupli-du. Ich liebe es. Ich liebe es. Dupli-dupli-dupli-du. Ähm. Dann las mal. den zum sterben überreden danke und jetzt tut schon mal einen großen saft danke meine lezelle bin ich meine inzüriere benötig Und jetzt kommt sie hoch und haut beide um, oder? Ja, genau. Weil sie keine Ahnung, wie viele Aktionen hat. Ähm, gut. Dann hätte ich gern... Green hier mal. Danke. Und noch den letzten Saft. Ziel ist festgesetzt. Ernsthaft. Natürlich. Was denn auch sonst? Ähm... Ich hab beides... Das kann ich nicht. Ja, das war so klar. Ich bin ja nur froh, dass sie nur 17 Angriffe oder so hat. Und gegen alles immun ist. Aber gegen wirklich alles. Genau. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020